Hallo meine lieben tropikanischen Abonnenten, ich bin sowas von stolz, stolz darauf als Hilfe für die Community hier bei YouTube zu dienen und ich habe heute eine Frage beantwortet bezüglich einer Mission und da freue ich mich sehr, dass wir helfen konnten. Es war nämlich das mit der Flüsterkneipe, wie man dort die Flüsterkneipe bzw. den Boss findet. Das mit der Flüsterkneipe ist ja wirklich nur ein Titel, den irgendeine Kneipe hatte und den Boss finden wir natürlich über den Alma nach. Ach ja, ich freue mich riesig, also das ist toll, dass die Let's Plays tatsächlich dafür genutzt werden. Vielen lieben Dank für die Nachfragen in den Kommentaren und ich freue mich auch auf weitere Dinge, auch Tipps und Tricks, wie ich natürlich das mit der finanziellen Situation immer wieder hochkriegen kann. Das Problem ja bei dieser finanziellen Situation ist, dass jedes Mal, wenn ich irgendwas baue, womit ich Geld kriege, dann wieder neue Leute nach Tropico kommen, dann muss ich wieder eine Polizei, eine Klinik oder eine Garage oder sonst was bauen und im Anschluss sind wir dann wieder da und brauchen wieder Geld. Es ist einfach bloß zum Heulen. Es ist ein ewiger Kreislauf und teilweise viel zu schwierig, da ist das Balancing nicht unbedingt gut. Und das, obwohl man mehrere Möglichkeiten nutzt, um an Geld zu kommen. Egal, ob es der Broker ist, egal, ob es die Handelswaren sind, egal, ob es die Überfälle sind. Also wir machen ja wirklich alles, um irgendwie an Geld zu kommen und wenn es eben nur eine Schatzjagd ist. Aktuell sind sie noch bei, das Taj Mahal zu rauben. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie weit die eigentlich sind. Dauert noch ein bisschen. Wir mussten ja jetzt warten, 1080 Tage, so war das, genau, und brauchen unsere 50.000 tropikanischen Dollar. Ach, es dauert, es dauert und zieht sich damit auch ewig in die Länge, aber wir kriegen das schon hin. So, Fisch kommt. Die Konservenfabrik hat jede Menge Waren und kann eigentlich ganz, ganz viel produzieren, aber die Leute, die sind andauernd nur unterwegs. Vielleicht sollten wir hier unten auch nochmal Spaß für diejenigen hinbauen, aber ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Wie sieht es denn allgemein aus mit der Zufriedenheit der Bevölkerung? Soweit ganz gut, bis auf, dass die Gesundheitsversorgung immer noch ziemlich schwächelt. Das heißt, wir brauchen noch einen weiteren Arzt, denn der ist voll belegt. Auch dieser Arzt hat sehr, sehr viele Patienten. Wir brauchen noch irgendwo einen, lass uns mal gucken. Vielleicht hier drüben, dass die auch nochmal einen Arzt bekommen. Die haben ja jetzt eine Kapelle bekommen, die haben eine Taverne, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben. Selbst in die Kapelle gehen sie nur selten. Ein Feuer wütet auch noch in Tropico und das auch noch direkt am Strand. Ihr könnt doch selber das Wasser löschen, äh, das Feuer löschen. Oder nicht. Da läuft er rüber und löscht die Brände. Hast du gut gemacht? Bin stolz auf dich. Ja, manchmal läuft's, ne? Manchmal läuft's. Automatisches Fließband entfernt zwei offene Stellen erhöht die Effizienz um 20%. Theoretisch könnten wir das machen, aber wir müssten auch gucken, dass wir bald mal weitere Farmen bauen. Ansonsten, beziehungsweise Plantagen, kommen wir nicht weiter. Kokosnüsse soll ich erstellen. Das mache ich natürlich gerne, dafür brauche ich bloß den Kokosnuss-Ernter. Wo setzen wir den denn jetzt noch hin? So viele Kokosnüsse gibt's hier ja gar nicht in dem Land. Auf diesem wunderschönen Eiland. Ah, hier unten könnten wir irgendwann nochmal für Tourismus sorgen. Und auch hier machen sich Kokosnüsse nicht schlecht. Passt auf, wir bauen es hier mit ran. Dann ist das schon in Ordnung. Viel Erfolg, viel Spaß. Und was könnte das hier irgendwann darstellen? Ich habe keine Ahnung. Oh. Eine Müllhalde. Mit einem Hund. Den ich nicht mal anklicken kann. Aber er läuft hier durch die Gegend. Die Alliierten haben Entwicklungshilfe geschickt. Das haben wir auch bitter nötig gehabt. Da hat ein Mitarbeiter gefehlt, aber der ist wieder da. Wie viele Leute fehlen uns denn allgemein in der Arbeit? Mit sechs Arbeitslose haben wir und sieben freie Arbeitsplätze. Das heißt, wir brauchen wieder weitere Bürger hier auf Tropico. Und ganz, ganz viele sind jetzt gerade dabei, ihren Universitätsabschluss zu machen. Na wunderbar. Das freut mich wirklich sehr. Im Theater arbeiten genug. Im Zollamt arbeiten genug. Wir haben jetzt auch wieder ordentlich Kohle bekommen, mit der wir was anfangen können. Mit dem Kokosnuss-Ernter werden wir auch ein bisschen was hinbekommen. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Und wir gucken mal, was wir noch für weitere Fabriken fertig machen können. Eine Schiffswerft wäre vielleicht nicht schlecht. Schiffe zu exportieren ist doch auch nicht schlecht. Verarbeitet Planken zu Booten. Verursacht Umweltverschmutzung. Kann passieren. Müssen wir durch. Wollen sie die Blaupause freischalten? Noch nicht. Erstmal gucke ich, was wir sonst noch haben. Textilfabrik, Stahlfabrik, Waffenfabrik. Stahlfabrik brauchen wir, um Waffen herzustellen. Glaube ich zumindest. Und wir brauchen Nickel und Eisen. Und Kohle. Ne, das ist mir zu viel. Das ist mir jetzt wirklich zu viel. Was haben wir hier? Och, wie süß. Einen kleinen Strand. So mitten am Strand. Soll vorkommen. Ja, wir könnten auch noch für Spaß sorgen. Das heißt, ein Kirmespier endlich mal bauen. Hatten wir noch nie. Kann dann hier direkt am Strand stehen. Aber mir wäre es lieb, wenn es irgendwo steht, wo denn tatsächlich auch ein Parkhaus ist. Das heißt, hier unten wäre es gar nicht so verkehrt. Direkt bei den... Ihr wisst schon. Bei der Fischerei und beim Hafen. Genau. So, dann haben wir hier das Kirmespier. Das wird für weitere Unterhaltung sorgen. Und dann reicht das auch wieder an Unterhaltung. Die Leute können jederzeit mit ihrem Auto hinfahren. Dafür gibt es die ganzen Parkdecks. Was sagt die Forschung? Die sagt nichts, weil wir nichts sagen. Offener Geist. Kanal 1. Die Zustimmung von Bürgern, die in der Nähe des Radiosenders angestellt sind, steigt leicht an. Wenn diese arbeiten, senkt die Freiheit um 30. Oh. Sie verdienen 3 Dollar pro jedem Bürger, der in der Nähe des Radiosenders angestellt ist, senkt die Freiheit um 5. Damit kann ich besser leben. Werbung für öffentliche Dienste. So, dann kriegen wir wenigstens schon mal ein bisschen Geld. Das ist gut. Und hier sind sie ja sehr viele angestellt. Auch gerade eben die ganzen Leute im Zirkus und in der Bank und in der Oper. Ja, kommt auch hin. Palast und überall. Also tatsächlich werden wir sehr, sehr viel bekommen. Und sogar das Kraftwerk ist mit drin. 3 Dollar pro Person ist schon echt nice. Auch hier die Farmen sind auch mit bei. Perfekt. Also wir werden jede Menge Kohle kriegen. Das ist super. Der Frachter hat auch gleich wieder Geld mitgebracht. Danke dafür. Feuer wütet auch noch in Tropico. Was brennt denn hier? Ist das die Botschaft? Nein, die Bibliothek. Wer hat denn die Bibliothek abgefackelt? Leute, sowas macht man doch nicht. Reparieren für 1800. Nö. Das repariert sich von alleine wieder. Das ist mir zu teuer. Wir haben eh kein Geld. Da können wir auch nicht eine Bibliothek reparieren. Wann darf ich denn das andere eigentlich ausbauen? Oh, bald können wir das Touch mal heil bauen. Da freue ich mich schon drauf. Und jedes Mal, wenn jemand stirbt, kriegen wir sein Geld. Mwahaha. Da freue ich mich. Das ist schön. Das ist toll. Antike Ruinen kriegen wir erst ab dem Kalten Krieg. Das heißt, die können wir jetzt noch gar nicht nutzen. Dafür müssen wir erst noch eine Zeit voranschreiten. Bananen, Planken, Kohle und Konserven werden weiterhin verkauft. Die Konservenfabrik hat eigentlich genügend Güter. Wie sieht es aus mit den Farmen? Werden die gut abgeholt? Ja. 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 Nee. Ja. Ja. Aber bis auf das eine, und das wurde jetzt gerade abgeholt, ist alles in Ordnung. Das war Mais. Mais wird jetzt auch irgendwo anders hingefahren. Wie sieht es aus mit dem kleinen Laden? Wir hatten auch irgendwo auch einen kleinen Laden da. Ja, sieht auch gut aus. Der hat jede Menge Waren, die an die Leute gebracht werden. Dann Bananen, Konserven, Mais, Kokosnuss, Fisch, Fleisch, Milch, Ananas und so weiter. Das ist alles völlig in Ordnung. Die Alliierten haben auch nochmal Entwicklungshilfe geschickt. Super. Wer bist du? Ach, ein Boot. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Egal. Wir haben Geld bekommen. Feuer wurde gelöscht. Super. Danke dafür. Die Zigarrenfabrik hat keinen Tabak. Das heißt, theoretisch bräuchten wir noch eine Tabakplantage. Farm nicht. Nein. Plantage. Rechtsklick geht auch. Plantage für Tabak. Ja, und das sieht schon relativ spektakulär aus hier. Machen wir das so. Und ziehen die Straße einmal hoch und dann hier lang. So. Dann haben wir jetzt noch eine weitere Tabakplantage. Das reicht. Ananas ist da. Ananas. Tabak. Banane. Mais und Banane. Also wir haben zweimal Bananen. Zweimal Ananas. Zweimal Tabak. Einmal Mais. Dreimal Tabak sogar. Es geht aufwärts. Und die Unterstützung wird schon wieder niedriger. Trotzdem wir für Spaß und Gesundheitsversorgung gesorgt haben. Warum? Ich bin doch so nett. Ich weiß. Wir müssen die Militaristen so langsam überzeugen, auf unsere Seite zu wechseln. Dafür müssten wir die Militärbasis, die Kaserne, Wachtürme, Schutztürme und so weiter bauen. Fangen wir erstmal an mit Schutztürmen. So, dass die Leute hier auch nochmal ordentlich abgehört werden. Schutzturm Nummer 1 direkt zum Palast. Schutzturm Nummer 2 bauen wir mal hier unten mit hin. Am Hafen. Und wir brauchen auch hier noch einen Schutzturm, dass unsere Farmen gesichert sind und die Rebellen das nicht nutzen. Hier hinten könnte ich noch was bauen, deswegen will ich das gar nicht zusetzen. Aber wo setze ich jetzt noch einen Schutzturm hin? Da. Sehr schön. Jawohl. Die Operation ist wieder auf Kurs. Juhu. Goodie. Immerhin. Jetzt haben wir lange genug gewartet. Jetzt können die wieder das Taj Mahal fertig machen. Unterstützung geht schon wieder hoch. Gott sei Dank. Kirmes Bier ist fertig. Ja, ich mache auch gerne Geschäfte, aber nicht mit dir. So ist das Leben eben. Da musst du durch. Wir loben jetzt erstmal die Achsenmächte. Wir werden nachher noch ein bisschen Geld von denen abgreifen. Gleich kommt nochmal eine Lieferung von Kohle. Feuerwehr hat das Feuer gelöscht. Gott sei Dank. Wir haben jetzt 4000 Dollar auf dem Schweizer Bankkonto. Könnten damit das Gefängnis erforschen. Fünf Ruf bei der Religiöse wäre auch nicht verkehrt. Zehn Ruf bei den Kapitalisten wäre allerdings besser. Ich muss unbedingt meinen Ruf aufbessern. Und wenn ich dafür den Broker nutzen kann, dann ist mir das recht. Ja, was könnten wir sonst noch forschen? Bildung fördern. Erhöht die Effizienz aller Highschools und Universitäten um 25 Prozent. Aber eben auch die Unterhaltskosten. Kriegsrecht brauche ich nicht. Militärpolizei auch nicht. Staatsanleihe. Sie erhalten einen Kredit von 50.000. Sie müssen über zehn Jahre hinweg mit monatlichen Zahlungen von 667 Dollar insgesamt 80.000 zurückzahlen. Die Verordnung hat eine Abkühlphase von zehn Jahren. Boah, nee. Verringert die Effizienz von Unterhaltungsgebäuden um 30 Prozent. Erhöht die Effizienz aller anderen Gebäude um 10. Senkt die Sicherheit um 10. Zu den Waffen. Erhöht die Freiheit um 15. Senkt die Sicherheit um 10. Oh Gott, nee. Das brauche ich alles nicht. Selbst arme Bürger können Autos benutzen. Verschlechtert Ruf bei den Kapitalisten um 10. Verbessert den Ruf bei den Kommunisten um 10. Achso, um 15 verschlechtert. Die Verordnung kostet 1.000 pro Monat. Verfassungsthema ermöglicht es Ihnen, das Alter abzuändern, ab dem Bürger arbeiten müssen, um sich zur Ruhe setzen zu können. Klingt gut. Kirche und Staat. Verfassungsthema erlaubt Ihnen, die Rolle der Religion in der tropikanischen Gesellschaft und Regierung zu ändern. Das ist alles nicht so meins. Bibliothek, Arbeitsmodi, Zirkus. Wir nehmen erst mal Zirkus und Bibliothek mit rein. Dann machen wir noch Haus und Klinik. Und dann gucken wir mal, was später noch so kommt. Arbeitsmodi sind nie verkehrt. Was kann ich denn da machen? Angeben. Erhöht die Unterhaltungskosten um 10%. Das Gebäude verbessert die Schönheit in der Nähe um 5. Achso. Joa. Brauche ich nicht unbedingt. Was haben wir sonst noch? Gut, dass wir jetzt auch durch den Radiosender nochmal Geld abfassen. Das finde ich ganz toll. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Radius größer geworden ist. Aber ist er nicht. Was hatten wir noch? Radiosender Klinik. Klinik. Staatlich geprüfter Doktor. Quacksalber. Arbeiter benötigen nur eine Highschool-Ausbildung. Der Basislohn sinkt um 6 Dollar. Verringert die Servicequalität um 30. Ne, das bringt mir nichts. Und Besucher bleiben nicht zu lange. Macht es unmöglich, das Flugzeug in der Nähe des Palastes zu landen. Oh, ich soll jetzt Kohle an die Kommandoorganisation liefern und Stahl. Aber Stahl kriege ich so schnell nicht. Wenn, dann müsste ich Stahl importieren. Die Möglichkeit gäbe es. Die würde ich sogar fast nutzen. Wir brauchen Tabak. Warum ist der Tabak so gering? Monokultur. Multikultur senkt die Effizienz um 40%. Die Plantage verringert die Fruchtbarkeit nicht mit der Zeit. Die Plantage erhält 10% Effizienz für andere Plantagen in der Nähe, die eine andere Saatgut und den gleichen Arbeitsmodus benutzen. Ne, das will ich nicht. Was haben wir sonst noch? Grünschnitzer Hacker. Das wäre für die Farmen ganz gut. Senkt die Unterhaltungskosten von Farmen und Mastbetrieben in der Nähe um 3 Dollar. Das ist okay. Für 1500. Oh. Export Wolle. Was? Ach so, eine Handelsroute ist abgeschlossen. Okay, danke. Das mit der Wolle. Da können wir jetzt noch irgendwas Neues exportieren. Baumstämme, Fleisch, Kaffee, Konserven, Tabak, Zucker. Produziere ich alles nicht so viel. Konserven würde ich machen. Dann machen wir dann 8400. Dankeschön. Und dann machen wir das jetzt auch fertig. Sehr schön. Dann sparen wir hier wenigstens nochmal ein bisschen ein. Sind die Unterhaltungskosten auf lange Sicht gesehen günstiger? Wir müssen ja auch langfristig planen. Wir wissen ja nicht, wie lange wir noch brauchen für die 50.000 Dollar. Und das wird garantiert auch nicht die letzte Aufgabe sein. Also ich bin gespannt, was noch alles so kommt. Wer hat denn hier Busgaragen gebaut? Ist ja süß. Und was machen die? Bringt die Arbeiter hin und her? Enthält zwei Bushaltestellen. Busse transportieren Passagiere zwischen beiden Haltestellen. Geringe Umweltverschmutzung. Eine Busgarage garantiert Passagieren. Ein beengtes, übel riechendes Erlebnis mit Fahrern, die sich für Könige der Straßen halten und langsamere Fahrzeuge gnadenlos von der Straße rammen. Oh, wie nett. Oh, wie schön. Da ist eine Bushaltestelle. Und da ist eine Bushaltestelle. Ah, so sehen wir mal die Bushaltestellen an sich. Siehste, da oben ist nicht mal eine. Da müssen die tatsächlich mit dem Parkdeck hin. Aber zwei Bushaltestellen ist ja eigentlich nicht verkehrt, ne? Hier gibt es auch keine Bushaltestelle. Schade. Ich habe echt gedacht, die könnten auch mit dem Boot rüberfahren oder so. So, da kommt wieder Kohle rein. 19.000, immerhin. Konserven werden verkauft. 17.000? Irgendwas stimmt da nicht. Wie geht es meinem Zollamt? Gut. Meiner Bank auch? Ja. Sehr eigenartig. Wollen wir mal noch ein paar Leute loben? Ach, kann ich gerade nicht. Bündnisanfragen. Oh, wir sind bei 90. Bei der Beziehung mit den Achsenmächten. Aktiviert Bündnis. Verband die Supermacht aus ihrer Botschaft und senkt deren Beziehung zu Tropikos. Nö, wir bitten jetzt erstmal um finanzielle Unterstützung. Dann sind wir wieder bei 30.000. Das geht. Und ich glaube, dann bauen wir davon auch gleich eine zweite Botschaft. In der wir dann die Alliierten unterbringen. Ja, das ist nicht verkehrt. Gut ist, dass man aktuell nur eine Feuerwache braucht. Damit kann ich leben. Wir haben jetzt 511 Bürger. 7 davon sind arbeitslos. Wie viele sind obdachlos? Obdachlose Familien 50. Leerstehende Wohnung 18. Okay. Wir brauchen noch ein paar kleinere Häuser. Ja, machen wir mal solche. Dann ist auch gleich die Wohnqualität wieder höher. Wo stellen wir die hin? Auf jeden Fall dort, wo Leute arbeiten. Hier arbeiten Leute. So, dann noch ein Haus. Hier drüben mit ran, weil hier eben auch sehr viel ist mit Kirche und mit Unterhaltung und so weiter. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Dann brauchen wir ein Haus hier. Ein Haus bauen wir noch. Oh Gott. Stellen wir das noch hin. Hier unten. Ja, warum nicht? So, und dann kommen noch Baracken. Zwei Stück reichen. Dann bin ich soweit zufrieden. Dann haben wir auch jede Menge Möglichkeiten geboten, dass die Leute wieder hier wohnen können. Hier kann auch ein weiteres Haus irgendwann stehen. Aber das reicht. Wohnungen sind genug da für unsere tropikanischen Einwanderer. Alles ist okay. Mit der neuen Botschaft werden wir dann auch die Alliierten loben. und versuchen, deren Geld irgendwie zu bekommen. Außenministerium. Wir könnten noch jemanden benennen. Erhöht die Effizienz von Überfallgebäuden um 5%. Sie erhalten 100 Dollar auf das Schweizer Bankkonto jeden Monat. Ja, her damit. Ah, das ist der Broker-Kandidat. Na ja, gut. Ist okay. Da muss ich wohl durch als Lurich. Aber geht nicht anders. So, jede Menge wird gebaut. Erst die Botschaft, dass wir von den anderen Supermächten noch Geld bekommen. Und dann der Rest. Achsenmächte haben auch nochmal 6500 geschickt. Danke dafür. Das Geld wird wieder mehr. Da wird auch noch was abgeholt. Dann sind wir wieder im 11.000 Reicher. Sehr gut. Was könnte hier noch eigentlich sein? Da könnten noch Schätze schlummern. Die wir ebenfalls verkaufen können. Mais und Kohle? Wieso Mais? Also Kohle kann ich verstehen. Das soll ja auch noch hierher. Aber hier ist schon die Kohle eingelagert. Sehr gut. Überfall endet in sehr bald. Wir sollten mal Handel unterschreiben.